So, back to Megapony. Ich werde mir die E-Techs, glaube ich, jetzt aufsparen, alle vier Stück für Discord. Denn das Farmen dauert ja Ewigkeiten, also mindestens eine Stunde dauert die Farmerei. Und das ist dann nicht so pralle. Ich muss mir überlegen, welchen mache ich immer zuerst? Wer lässt sich ganz gut besiegen? Nein, Fluttershy eigentlich. Wobei Twilight sich auch ganz gut besiegen lässt zuerst. Wie mache ich meine Reihenfolge? Naja gut, jetzt ist sie jetzt... Jetzt Fluttershy ist sowieso schon die erste. Geht eigentlich ganz gut. Rarity eigentlich auch. Man kann ja mehrfach schießen damit. Ja, Rarity geht eigentlich auch ganz gut. Als erstes. Bei Applejack bin ich mir ein bisschen unsicher. Aber gut. Na, Applejack kann ich noch nicht ganz so gut wie die anderen. Obwohl... Na, die ging auch. Ich könnte versuchen, dass ich jetzt Twilight mache. Als nächstes. Ja. 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 Wobei das spricht ein Nerfischer an mir ist, wenn sie das macht. Ach man, damit kann sie mich aber ziemlich schnell killen mit der Attacke. Das ist das Problem. Ah, der Angriff ist mies. Ah, ich glaube, das wird nichts. Ja. Der war ne Scheiße. Ich kann sie jetzt bloß nochmal üben. Ich kann sie jetzt bloß nochmal ein bisschen üben. Ich kann sie jetzt bloß. Ich kann sie jetzt bloß. Ich kann sie jetzt bloß. Ich kann sie 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 bloß. im grunde sah es nicht schlecht aus ja ja gar nicht so schlecht aus aber eben gar nicht geklappt ich überlege jetzt habe ich mit toilet anfangen da die gerade die größten probleme macht oder einer der größten probleme macht eigentlich gar keine schlechte idee mit toilet anfangen super dabei ist natürlich groß waffen magie hätte ich gebrauchen können okay das heißt ich fange mit wiley an übrigens die händlerin also das zeber heißt zikara also nicht zibara sondern zikara ich habe mal nachgeguckt wochen tank wäre es ein bisschen einfacher aber gut ich habe sie doch immer noch gepackt ich habe sie doch irgendwie noch gepackt deswegen mache ich jetzt als nächstes ach ne moment 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 das war ja hier ich darf nicht zu schnell damit schießen so als nächstes kam mir jetzt da probiere ich sie mal ach man ja ich versuche sie mal im moment glaube es wäre noch besser ich erst mal ja gegen die welcher kurz sterben damit ich ihn voll energie habe ach gut es hat noch geklappt so it's the gravity Ja, das wurde nichts. Das war klar. Ich hasse es, wie ich die Tasten belegt habe. Ich habe mich genau auf die beschissenste Taste gelegt. Ja, sie ist ziemlich blöd zu treffen mit dem Teil. Ja, das werde ich jetzt natürlich ganz verkacken. Ja. Reicht es denn eigentlich für ein... Nee. Mit dem Waffentank mussten 20 her... Ja. 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 Ich muss überlegen, wen ich jeweils die ersten mache. Eigentlich könnte ich ja mit Twilight anfangen, also mit Twilight. Naja, es war klar, dass mich erst irgendwann treffen würde. Wenn dieses der nicht so schnell alle wäre. Ja! Gut! So, nächster. So, nächster. Gut, das lief auch gut. So, nächster. Ah, Mann! So eine blöde... Ja, das lief jetzt bescheuert. Jetzt ist die Magic Brave leer, jetzt kann ich es im Grunde wieder vergessen. Mann, es war klar, dass irgendeiner wieder nicht gut läuft. Oh, shit! Oh, shit! Das ist blöd, wenn sie den Scheiß macht. Das ist richtig blöd. Mach ich als nächstes, hm, Plackerschei vielleicht, wäre jetzt eine ganz gute Wahl. So, gut, Plackerschei habe ich drauf. Sie habe ich nie wirklich drauf. So, gut. Das war ein Double Kill. So, gut. Ähm, dass ich dann damit, da habe ich damit eine Chance natürlich, ähm, Twilight komplett runterzubringen. Hm, ich mache einen kurzen Cut. Bis gleich, Leute. So, gerade mal einen Waffentank gekauft. Also auf einen neuen Versuch. Ich werde diesmal glaube ich auch mit Rainbow Dash anfangen, da sie für mich zu den schwersten gehört. So, Rainbow Dash und dann glaube ich Pinkie Pie, weil die beiden zählen für mich zu den schwersten. So. 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 их. So, Irgendwann, warum. So. Ich glaube das war gerade ein Double Kill, denn sie hat mich auch getroffen. Ich kann nicht mit leben. Die ist für mich das größte Dübel. Die ist für mich das größte Dübel. Die ist für mich das größte Problem. Ich sollte vielleicht doch nicht direkt reindaschen, sondern irgendwie probieren, dass ich über sie wegdasche. Die Attacke ist auch nicht gerade die beste, ich muss das genau vorher machen. Wunderbar, wie es gerade nicht geklappt hat. Oder mache ich sie zuletzt? Ich denke mal, ich mache sie zuletzt. Dann wippe ich jetzt einfach sie nochmal. Die ist aber auch nicht ganz leicht zu beschlagen. Die ist aber auch nicht ganz leicht zu schlagen, muss ich sagen. Ja, aber nur Leben, das wird nichts. Ja, ihr Megapunch ist aber auch gefährlich. Ne, mach ich Pinky zuletzt. Dann mache ich Pinky Pie, glaube ich, zuletzt. Ja, dieser blöde Megaschlag. Tschüss Leute. Tschüss Leute. Tschüss Leute. Tschüss Leute.